so da sind wir so erst mal wo ist was versteckt wir haben schon was gefunden so noch nichts wir sind doch alle ein bisschen getrennt von angestaut oder ich war fast bei dir ich will denn da hier ich habe es mal wenigstens in der woche Habt ihr schon markiert, wo wir hin müssen? Warte mal, als erstes ist die Angst drunter. Wollen wir noch ein bisschen Zeit. Was? Die erste Runde entspannt das. Ja, ne, ist ja auch deswegen gerade ganz. Das muss hier im Keller irgendwo sein. Ja, die Karte. Ah, hier ist der Keller. Ich bin erstmal noch am Looten. Ich hab noch nichts gefunden. Also eine einzige Kiste bis jetzt. Das ist hier überhaupt nichts. Ein Flötenspieler ist hier. Okay, wo müssen wir hin? Misery Manson. Hallo, ich bin am. Warum looten? Ey. Ich hab' die. Wollt ihr? Wie lange er hat, ich bin zweiter. Aber wir spielen sie hier so irgendwie auch. Wir haben also ein Katastrik. Sie konnten ja so ewig lange vor Kisten zu looten. und bloß ist ja gerade nacht angst nah kann was drauf ist weg von euch flüten spieler fancy pants fancy pants dass wir meine angst verkriegen das wird diesmal so weit voneinander entfernt gespawnt sind also der tag schon nicht direkt guten tag zu hause so ist das jetzt schon der neue markierte ort jane so habe ich eingesammelt so schnell wollen wir zu dem deutsch gehen denn es nicht glücklich mit meiner waffen weil ich auch noch nicht habe noch gar keine spielpunkte das ist für mich ein witz los bis jetzt ist jetzt noch überhaupt nichts so ich habe zwei aber das ist eine weiße und blaue ja bis jetzt auch noch nicht der dämon ist noch nicht da weit gekommen bis jetzt das ist überhaupt nichts wenig noch ohne goldene kiste kiste markiere gleich aber ich muss erst mal kurz kämpfen noch ein bisschen nahe kampf draufknallt vier stück die goldene kiste ist schon gut ich komme mit goldene schrot habe jetzt der goldene code oder ist ja jemand bin ich mir alleine kiste ist mal so hast du die kiste gefunden hier ist noch ein amulett ich finde so herrlich was er schreibt ich denke mal wir sollten weg von hier ja wäre nicht schlecht oder so viel gegner kaputt ein bisschen Ja, deinen Jumpscare kannst du behalten. Der ist nicht so schlimm, als wenn ein Wolf hier einen raushaut. Lass mich bitte erst deinen Kumpel killen, dann bist du dran. Einer nach dem anderen. So, weiter. Ihr seid auf dem Weg zum Scyber? Ja. Das ist das, glaube ich, auch sofort, Dennis. Solltest du hier bitte rüberspringen? Soll ich es geschafft. Und schickt auch noch mal einen Heidmann nicht. Du wirst auch bei den anderen beiden. Einer ist aber bei uns, ne? Und dann geht's ja? Vielleicht ist es die Leuer. Ja, dann muss auch bei euch sein. Bei uns ist es gerade ganz friedlich. Wir sind gleich da durch. Jumpscare. Ja, da machen wir mal Gesundheit drauf. Gehen wir gleich das Haus looten, oder? Ja, boah, ich glaube schon drin. Achso, ich noch nicht. Ist da noch eine Kiste oder so gewesen, wenigstens? Hm, deswegen ja. Sehr rar alles. Kann man gucken, dass wir noch irgendwo was rüben können. Wo ist doch ein Gewehr, aber ist doch nicht so stark. Kläranlage. Kläranlage, kann man mal noch gucken. Ja, wenn die beiden jetzt fertig sind, dann haben wir ja nicht mal ganz so viel Zeit. Da geht's ja alles zu. Deswegen. Oh, hier war noch ein Skipppunkt-Lakt am Rüben rum. Na, Kläranlage war ich da nicht vorhin schon in der Ecke. Ich weiß es nicht. Wer ist das noch bei ruhig? Nö, anscheinend. Also jetzt gerade reagiert er nicht mehr. Also ich habe vor einer Minute nochmal einen Jumpscare gekriegt. Okay. Und seitdem ist es komplett ruhig. Aber ist bei uns nicht. Ich höre ihn. So, die haben eine lilanere Versorgungskiste. Ich habe Panik, Achtung. Ja, du hast Panik. Ja, ich brauche was zum Verholen. Wollen wir hier vorne kurz Licht machen? Machst du? Okay. Wir sind nicht so weit weg von den Viechern. Moment, Boss. Wir holen uns jetzt auf dem Euro-Lila-Kiste. Natürlich jetzt hier wieder die Tür zu. Kann ich nochmal die Häuser gucken, was ist hier? Ja, ja. Geht denn das hier wieder rein in das Scheiß-Grundstück? Hier vorne ist offen. Hier ist offen. Oh, komm ich rein? Du bist nur jetzt reingekommen. Kannst du über den Zaun eigentlich schüren? Du bist gerade da. Ist er da? Nö, nö. Oh ja, hier ist irgendwo eine Kiste. Jetzt nicht. Auch die Lila-Kiste. Du bist über den Zaun? Ja, hier ist er. Du kannst nur hier über den Zaun drüber. Ach, hier vorne ist offen. Ganz ruhig, kleiner. Wo ist jetzt die Lila-Kiste? Ich sehe die Markierung nicht mehr. Da, so. Äh, stellt hoch. Gut. Ist noch was im Haus? Äh, ich bin besessen. Achtung, ich komme ins Haus rein. Aua. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich bin frei von dem Dämon-Tracker. Wir sind zu viert, ja. Also wir sind geplant sowieso zu viert. Und wir schicken gegen NPC. Man kann ja auch gegen... Wenn man zu fünft ist, kann man ja auch gegen den eigenen Spieler spielen. Hm, mit dir. Also Wolfi scheint wahrscheinlich das gerade anzufragen. Aber ich weiß nicht, ob das Cosplay ist, ne? Soll der vielleicht vorher nachgucken. Ja. Er trägt die Zone, kommt dann auch. Wir müssen dann langsam. Was? Ich habe noch nicht gesehen, die Zone. Ich bin noch nicht. Aber bei mir... Bei mir sind wir nicht da. Nee, aber sie kommt langsam, wie gesagt. Ich habe sie uns langsam rausgegeben. Oh, hier ist irgendwo noch eine Kiste. Ich habe noch eine. Ich gehe hier raus. Sollten wir vielleicht nicht zu nahen können. Seid ihr schon im Kampf? Ja, eigentlich nicht. Aber... Ich gebe halt gerade Lust. Naja, ich hatte hier noch eine Kiste gefunden. Ja, aber das ist doch gleich bei denen. Wie soll man die jetzt holen? Ich habe es doch schon aufgemacht. Jetzt hatte ich nur dein ganzes Schild gekostet. So, wir sind jetzt auch bei euch. Bis jetzt eine Litereinheit. Oh. Da ist noch irgendwas gescheites drin. Wir sind ja voll in die Kette mal gerannt. Ich habe so gesehen, ich wollte gerade mich umdrehen. Die beiden legen schon los, ne? Lass uns mal elf gehen. Was heißt hier, die beiden legen schon los? Ja, ich sehe doch, die geht auch schon runter. Ja, und wenn ich sage, ich bin besessen und werde verfolgt von Eliteeinheiten, kann ich halt... Dann legt Kim halt los. Schlecht was machen, ne? Und verblutet. Kim ist wieder genau in der Mitte gerannt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich meine, ich kann nicht dafür, dass ihr einen Kaffee krischen haltet. Ja. Wir waren ja noch beschäftigt. Guten! Kriegst du Kim? Alter, hätte nicht. Ich komme jetzt hier und ich probiere zu helfen. Boah, lass mich. Das war jetzt aber ganz schön knapp hier. Boah, das lässt mich, Alter. Guck jetzt gerade ein wenig hier. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich höre den Spieler. Nein, der steht hier auf dem Berg drauf, ich komme nicht ran. Ich trägst immer noch so eine Warte zwischendurch. Ja, ich bin zurück. Wie geht's? Nee, ich bin zurück. Oh, kommentiert. So, ziehe ich ruhig mal wieder. Ein Gemetzel ist das hier. Schöne Spieler. Ein Gemetzel ist das hier. das war's sehr schön und ich bin nicht gestoppen aber fast sehr schön die mächte des bösen hammer besiegt und denn ist der beste eine antwort ist auch eine antwort ja ich weiß ob ich das beim antrag auch so machen sollte da halt einfach die ganze zeit der frage aus weg zu gehen das sind das blaue leuchten hier eigentlich gerade gewesen was ich weiß ist das auf jeden fall schon bei uns ist erst mal die angst wieder weg nehmen wir haben schon die karte markiert nein ich mach das mal nebenbei in die knobi hütte lila kiste ja ich komme wenn sie bluten geht da bin ich sowas und hier ist auch noch eine zweite kiste habe ich gehört hast du dich schon gefunden ich höre so eine rausschmerung moment Telefon Wer klingelt den hier bei uns? Telefon an der Tür Ketzer bestellt, ja? Ne Die hab ich euch bestellt, keiner Hm? Kettensegel findet jetzt auch Bescheid Jo Kettensegel ist schwer Ready to kick it up a notch Wer ist denn das? Hm Wer klingelt um diese Uhrzeit hier bei uns? Spät, ne? Eigentlich Um neun Also die einzige, die ich mir vorstellen könnte Wäre eine Freundin von uns Ich bräuchte mal hier Unterstützung Ach du mal fertig Okay, geht schon Startes werden mehr Ich geh mal zum Fischertor Oh Ah, so bist du ja Kleid in die Fresse So, bin wieder da Wer war denn das jetzt? Deswegen wohnt man nur Großstatter kommt ja zum Post noch in der Uhrzeit Echt jetzt? Das war jetzt echt die Post noch? Ne, nicht die Post noch nicht, ich bin ein Kurierfahrer von Amazon Aber ja Geil So mag man das Ja, warum auch nicht, ne? Ja, Amazon liefert bis 22 Uhr aus Bei uns Ja, aber das war vorhin Unser Paket haben wir vorhin verpasst und dann kam die heute jetzt nochmal an Geil Ist aber selten, dass die das machen, dass die nochmal vorbeikommen Genau So, die anderen sind schon weitergegangen? Ja Anscheinend Du hast mich sozusagen beschützt Ja Haben wir gerade schon Bei euch, bei euch, bei euch ist die nächste Wo sind die? Hütte Ach da, wo wir gerade waren Genau, wahrscheinlich hier unten Guck mal hier runter Ne Es müsste jetzt schon angezeigt sein Guck mal hier oben Hier ist es schon angezeigt Ich sehe es schon Wer wird es ja nicht angezeigt? Ja Okay, man muss ja ja bei dir bleiben Ja, ist sehr lieb von dir Hier ist eine blaue Kiste Lila Kiste Lila Kiste Ist auch wieder ein ganzes Stück weg, ne? Ja Hier ist dann lauter kleine Elch drin, ey Ja 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 So, dann hast du nochmal Richtung Lila Kiste Ach hier, das ist da unten die Lila Kiste, ne? Die da Nee Nee Du bist da drüben, da ist die Lila Kiste Und die beide in die Lila Kiste gefunden? Ja Ja Zufälligerweise 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 Ist da drin noch was, Kim? Ne, ich habe nur die Kiste geholt Okay Dann gehen wir erstmal die Kiste, die ist näher Oh, Flug, das ist ganz oben, ne? Oder? Ja, Flug ist ganz oben Wir haben noch 25 Minuten Ganz entspannt Und die Schaufel ist ja geil, ey Geil so fast, ey Oh, ich habe die Dämonen gefunden Die Kiste ist nicht mehr markiert, sie wird bestimmt hier im Haus irgendwo sein Patrick, wo waren die Kiste? In dem ersten Haus oben Das ist noch eine Lila Kiste, alter, ey Was ist denn noch hier los? Nur Lila Kisten Also ich finde sie hier nicht Ah doch, jetzt hier Doch, 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 da oben Und die andere ist hier, hier ist noch eine drin, ne? Die sind sehr knausrig mit Amuletten und... Die sind sehr knausrig mit Amuletten und... Würde ich jetzt nicht so sagen Ja, vielleicht schon Ich habe nur 7 Ich habe nur 7 Schild drauf Also Medaillons habe ich auch keiner So Kohle habe ich lediglich gefunden Alter, die Schaufel Oh Da habe ich einen Medaillon gefunden Und dann gehen wir noch die andere Lila Kiste lupen Und dann gehen wir noch die andere Lila Kiste lupen Ja, muss ich aber das mal hin zum Licht anmachen Na, ich bin hier unter einer Laterne Die kriegen ganz groß Ja, nee Ich mache mir gleich ein richtiges Feuer Alles gut Der ist eh gerade nicht bei mir, dann passt das schon Das ist es so Ich habe hier Ich habe hier Angelegen Und Sie Püri Schnaufe Und Schnaufe Schnaufe Und Schnaufe Also Schnaufe Schnaufe Hüri ich bin auf dem weg richtungsflug mit unterwegs noch ein bisschen was zum bluten finden wollen wir hier in den häusern schon drin weiß ich nicht ja weiß nicht weil wir kaum von hier wir müssen hoch die hatte schon gefunden wo die beiden wo die und so sind würde das jetzt auffällt ja ich weiß nicht wo ich habe es jetzt noch nicht gesehen wo genau das ist gerade sehe ich es nicht daher habe ich sofort mitbekommen dass jetzt gesagt hat aber da musste ich ja gerade auch gleichzeit schluss der post musste ich los zu posten gesagt ich habe auch nicht damit erwartet dass die jetzt noch wobei kommen ich weil das machen sie ja sehr komisch noch mal eine kiste ist auch eine weise mit dem bösen mittelfinger drin die will zu mir geben mittelfinger muss der hier nur noch gluten hast du noch was zum heilen aber nicht gefunden bisher ich habe auch nichts gefunden das war auch die einzige dose die ich gefunden habe aber ich bin bei mir geht es noch nicht besser hier sind am flugzeug wo geht es denn hin die mann wir sind noch vier passagiere dabei die karte schon mal gefunden ich höre noch eine kiste hier ja 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 ist ja bei mir ich freue mich auch mal die ganzen passagiere weg damit wir fürs glas reißen können ich höre die kiste ich sehe sie nicht ich bin vollgeskillt ich bin vollgeskillt ich bin vollgeskillt du hast du die karte gesammelt nein nein ich dachte du hast sie schon nein ja zauberen geht noch nicht ich sage dir nur was er hatte ich habe sie lokalisiert gehabt ach so ok ich habe schon wieder ein bisschen angst kann ich dir nicht sagen wenn der charakter das denkt dass er angst haben muss nur normale kisten wenn jemand noch was zu trinken hat und gerade in der nähe ist ich lasse mir so wenig gefallen ja aber nicht dass wir geworben können was heilung und schilder betrifft schon so ich meine richtung deutsch als ihr weiter als jetzt deutscher ja ich bin direkt in der nähe ach hier ist die der ort wo sich patrick gerne der wand fest gletscht nicht wieder rauskommt kann ja sein du willst das noch mal machen damit die zuschauer das mal wieder gesehen haben das ist auf jeden fall noch ein haufen amulette in dem haus dann nimmt sie mit ich bin eh immer leben am limit denn ist du bist auf dem weg zum papier nicht direkt also gemütlich ich bin dann noch näher und ich bin noch bei den luten ok cola mit ich habe den schritt weg geschossen noch eine cola fängt mir was mit ach du kümel ist recht dauernd ist schon leider alles voll ich habe nichts deswegen sagte ich ja sie brauchen ich habe jetzt auch nichts mehr bei mir überhaupt im münster ich habe ein bisschen was aber schon weit weg habt ihr was gedroppt hier ja naja warte ich werde hier gerade angegriffen dann verteidige dich das ist ein guter tipp wir haben gerade keine zeit dafür mir hier die cola zu nehmen für eine cola und für eine schöne kühle cola sollte immer was zeit sein also echt mal für eine cola muss es auch Zeit sein ja das verstehe ich nicht hey man kann auch freundlich auch mal miteinander reden bevor man so von hinten angesprungen kommt gleich da ja sporen so viele ich kann dich nicht holen ich habe eine blaue kohle ist oder da überall kohle ja ja jetzt ich habe und du mal was finden so ein kohle das ist wahnsinn ich bin gerade auf dem weg zu der cola die du markiert hattest da bin ich auf dem weg dann ich werde immer weiter weg gespawnt etwas gehen da drüben ab jetzt ist er gerade so über den boden geschossen da bin doch ganz leicht probleme ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich habe hier gerade anführerinnen miete einheiten normal aber achten ich könnte besessen werden ich habe voll angst er hat gerade eine einheit besetzen kann ich probiert ihr euch beide dann mal erstmal wieder auszusteppen mit genügend blutgegenständen ich habe gerade eine cola trinken wollen das sind wir ich bin besessen ich bin besessen bin ich mehr besessen doch ich werde nicht mehr kontrolliert ich habe euch mal ein paar schöne die sind bei der kläranlage so war hier noch was im haus drinnen äh ich glaube eine kiste in der einzelne einfache also andere sachen wie und zwei cola waren drinnen am anfang eine hat ich schon markiert und da war noch eine drinnen eine hatte ich geholt dann solltest du die erstmal holen damit du was hast ich glaube die war hier hinten also eine hatte ich hier am eingang irgendwo gefunden ja ja aber das war am eingang und am ausgang glaube auch noch eine und hier ist noch eine kiste irgendwo falls einer was braucht und hier ist noch eine kläranlage Ne, zur Kläranlage müssen wir. Ich finde die okay, Cola. Ja, dann... Nur, ich hab noch ein paar. Ich hab noch 5 Stück. Ja, da könntest du vielleicht auch welche abgeben. Ich hab mal 2 fallen lassen. Hm? Ich hab mal 2 fallen lassen. Wo bist du denn? Da, markiert. Ja, ja, ja. Aufsehen. Einer? Eigentlich war noch 2 rum. Naja. Weil ich hatte 5 oder 2 fallen lassen. Ich hab noch 3. Hier drüben liegt doch was, oder? Ne? Ich hab hier 2 Cola verlassen. Ja, hier war jetzt nur einer. Naja. Na gut, lass uns weiter gehen. Kann es sein, dass die beide in einem waren? Müsst du beim Aufnehmen gleich 2 aufgenommen hast? Ne, mir wird hier auch nur eine angezeigt. Und die eine hat der vielleicht gleich getrunken. Nein. Automatisiert. Wir haben jetzt den Account erkannt. Wenn jemand Feuer machen könnte. Ja. Achtung, besetzen. Tännis-Verfügung. Ach schön. Ah, das ist fertig. Dann muss ich auch in den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Haha. Weiter. Oh, dass es entgeht. Geht, tschuss. Hey! Off the trigger! I'm not a dead idea! Geht, tschuss! green celeste! Ah! Ha! Is this getting pain of betrayal? Oh! Oh shit! Oh shit, what here! Goh! 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 Oh, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, was geht denn hier ab? Wo kommen die denn alle her? Gute Nacht. Eingeschnitzel ist das hier. Wirklich knapp. Ist echt. Hier liegt noch eine Cola. Das hat sie gerade mal drauf. Gute, dass wir dem Buch selbst keinen Schaden zuführen können. Ja, wir sind einfach geduld, ey. Ja. Ich schlag gerade einfach nur drauf zu. Ich sehe, die war wirklich so. Ja, ich auch gerne. Gerade nur noch drauf. Hat jeder so. Ich sehe, das ist Kim. Oh, oh. Auf der nächsten Kunde gerät. Das. Und du die ganze Zeit Medaillons oder sowas? Oder allgemein, dass die Medaillons nicht wieder aufgebildet? Ja, das wäre weh, weh, weh. Ja, bei... Ja, bei... Und da ich Unterstützer bin und die, wenn ich Medaillons nehme, kriegt ihr einen Teil des Lebens und Schilder auch zurück. Ja, deswegen, weil bei mir sind die Medaillons runter, zack, wieder aufgebildet. Medaillons runter, aufgebildet. Ja, nenne ich mich. So. Sehr, sehr nice. Patrick, die ist noch auf Platz 1. Boom. Ups. M. M. M, M. Das muss jetzt keiner verstehen. Ich hab ne Kiste. There's a thunder in me loins. No, I'm dead on. Ah. Till the wheels fall off. Long range. Close up. I don't care. You're all going down. Pay heed to the new marking on your map. Ready to kick it up a notch. I don't care. I don't care. Ich hab' noch nie mit Spritzen gecappt. Oh ja. Das nimm ich, Leo. Nein. Hier ist auch ne blaue Kiste. Äh, ne blaue Kette. Ne blaue Kette. Ne Kettensäge noch. Blaue Kiste mit mir, Leo. Das ist doch ne blaue Kiste. Ja, aber auch ne Kettensäge. Ja, aber auch ne Kettensäge. Ja, schön. Die kalk ich nicht. Die liegt unterm Tisch. Die kann ich nicht aufnehmen. Hey, bei mir liegt sie auf dem Tisch. Bei mir liegt sie auch auf dem Tisch. Bei mir liegt sie auch auf dem Tisch. Die liegt sie unterm Tisch. Cool. Sugar is making my teeth tingle. Nicht anwähbar weit. Super. Oh, hier ist das Kartenstück. Das klingt ja schon flatt. Na, ne Cola. Medaillon. Nehme alles mit. Leg sie doch extra da vorher hin. Gibst du. Ne, du bist einfach vorbei gelaufen. Ich nehm's halt mit. Da war noch nix. Ich achte immer drauf wo es leuchtet. Ja, und in deinem Rücken hat es geleuchtet. Komplett. Hinter meinem Rücken hat es geleuchtet. Mhm. Mark me. A point of interest is on our map. Ich hab mal nix markiert. Der ist bei mir. Der Ort oder unser Freund? Na? Der Ort oder unser Freund? Unser Freund. Der ist ein Freund in mir. Unser Freund. Der ist ein Freund in mir. Da liegt aber... Liegt hier nix. Eigentlich liegt hier meistens was, ne? Jetzt gerade sehe ich wieder nix liegen, ja. Oh, alter. Ich höre aber jemand hinter mir. Hey! Ah, es sind unsere Griften mal wieder. Keine Kiste, kein gar nichts. Ne, wirklich, ne? Das ist krass. Bis auf die am Anfang war hier noch nix wirklich was. Ich brauche nur mal ne Einerstufe. Gehst du? Ich schaue nochmal ne Runde durchs Haus. Und ne schöne Schrot. Noch ne Cola. Und da ist eine eingesammelte Korte. Ne, das nicht. Oh, Gott. Ich kann mich nicht gebrauchen hier. Ich bin immer nur weg. Ich häng hier. Alter, was? Lass mich raus. Alles gut bei euch? Hab das? Warte, da packt wieder jemand wie voll drum. Oh, viele, ne? Wie viele, ne? Wie viele, ne? Und ein Baum greift mich ohne rein. Habt ihr alles? Ne, noch nicht ganz. Ja, ist ja gerade hier. Da nimmt einfach jemanden rotzrecht bei der Amulette, ey. Ich nicht. Wo bist du denn her? Kim, alles gut bei dir? Ja. Ich bin nur gerade leicht angesäuert. Weil? Weil ich gerade was ganz Blödes festgestellt habe. Im Spiel? Ne. Dann lass es in die Welt. Ach ja, mach mal. Hör doch mal auf, hier rumzuspucken, Junge. So, hat jemand schon die nächste Korte markiert? Wir müssen Richtung Zirkus. Hey, hey. Wie kennen Sie jetzt? Ach so, ich habe markiert. Wir müssen Richtung Zirkus. Ich brauche auf... Ey. Nichts. was waren in der truhe da drinnen schrank fünf hundrufe und runder vielen lieben dank für dein voller und herzlich willkommen warum habe ich jetzt erst auch noch so ich habe angst ich brauche ein feuerchen ich habe mir mal kurz ein lichtlein an ich bin hier nicht vergessen ok jetzt höre doch mal auf das ist das weitergehen This is how we do it! Aua Patrick, bist du schon bei der Karte? Ja Hier ist ne Kiste noch Lass uns die nehmen, ja Es ist gleich zwei Kettensegen in dem Haus, ja Ist ja klappt Ich geh schon mal zu den Papieren Ich musste erst mal echtes loswerden Du gehst Papiere Dennis gehst du mit Papiere oder Deutsch? Die Richtung Deutsch Dann geh ich Licht und Papiere mit Ich hab auch schon wieder übelst Angst Jaja, ich hab dich schon mitbekommen Bist du schon im Kampf oder lootest du erst noch? Ich bin schon im Kampf Oh ja, ja klar Hast du vorher überhaupt gelootet oder bist du gleich rein? Ich bin gleich rein Aber wir davor, also Davor noch gelootet Und dann Großer geh mal weg Jetzt geh jetzt auch mal wieder weg 2 2 2 Amulette 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 Was sagst du? Amulette Verstehe ich grad so schlecht 2 Amulette 2 Amulette Amulette Ich komm nicht mal dazu Ein Amulette zu nehmen Amulette trocken kleinen Endschlag kassiert Er ist das Amulette zu dir weg Komm hin Wer noch Du noch Du noch Du noch Leeranlage sind zwei blaue Bisten Ja Komm auch grad nicht hin Richtig doch ruhig weg dann Komm her Oh nein, Kim liegt Du könntest ja auch was sagen, oder? Was denn? Dass du liegt Dass du verblutest Ich liegt seit gerade eben erst Ich komm grad nicht hin Ich komm grad nicht hin Hat's gereicht? Ja Ihr geht mir auf den Keks, Leute Haben's aber gleich geschafft So schön, ich bin noch nicht mehr gerangert Der ist auch bei uns noch Und das war's Blaue Kiste bekommt dadurch Oh, die sind immer noch da Ne, schon wieder Äh, Schild drauf 3 Hier ist ne Lila, ne Nagelpistole Hast du Angst? Ja Ja Dann lass uns ein Feuerchen machen Bevor wir weiter können Wir müssen runter Richtung klären Jaja, lass deinen Jumpscare weg Ich hab auch Angst Wir müssten irgendwo mal Feuerchen machen Du hast Angst Du hast Angst Für Amulette Was denn gemacht ist vorher, ne, ja? Mh Naja, nicht wirklich Der müsste aber jetzt bestimmt Richtung Decker kommen Mh, ich bin jetzt auch beim Decker Ne, er ist noch bei uns Doch, wieder Doch, wieder Ich würde knorkeln bei uns Ja Knorkeln, ja Ach so, da stand jemand Entschuldigung, hab dich nicht gesehen Hier ist ne blaue Kiste Ungelootet Ich kann das nicht mehr tun Ich kann das nicht mehr tun Hör doch mal auf, hier mal Äh, anführe unter dir, Patrick Hier ist noch ne blaue Kiste Hab ich doch gerade Noch eine, sag ich Ich hör hier noch was rum Denn hier oben ist ne weiße Kiste Ihr beide kriegt da seid zusammen Oh, habt ihr gehört, hast du gehört, diese beiden sind zusammen. Tschüss. So, ein Skillpunkt fehlt mir noch. Da waren noch so viele Skillpunkte. Wir fehlen auch noch genug. Okay, hier kämme ich jetzt noch eine Christa. Ja, also ich bin jetzt hier schon unterwegs. Oder nicht. Aber die sind so ultraschnell, ey. Ja, das sind die Liedereinheiten. Die sind richtig gut. Kommen hier noch einmal die ganzen Kisten, ja. Lass mal schnell Feuchen machen. Um die Angst zu bändigen. Genutzt. Gut. Und warte. Ihr dürftet ja auch gleich fertig sein, ne? Wie sieht das so aus? Blaue Kiste. Jetzt kann man es aber nur diese Liedere hätten, ne? Naja, das Übel will sein. Naja, das ist ja schon Level 21, der steht halt hier so unter Starke rein, ne? Ja. Ihr müsst schon da beim Unterstützen? Ja, aber... Also liegt es fest. Ich sehe schon. Ich bin besessen. Achtung hinter dir. Und ja. Jetzt bin ich aber verschwunden. Danke. Danke. Auch noch. Ich brauche nur noch Bier. Hast du noch was? Ich war hier aber... Ich hab noch... Warte. Warte. Wir brauchen auch ein Schild. Gib mal uns ein Schild. Ja, das steht schön. Wenn man hier nicht hoch springen kann, verstehe ich nicht. Also hier waren wir von noch nicht. Hier könnten noch Kisten sein. Ja, ich auch noch eine Kiste. Ach so. Ja, ist ja noch. Ah. I feel better. Stronger. Faster. Von uns auch meistens die Kiste in der Ecke. Meistens, ja. Das stimmt. Ich proben wir mal hin. Wir müssen dann ins Fischerdorf. Wir sind jetzt schon weit auf dem Weg, okay? Ja, wir looten noch. Hier ist eine Cola. Und wir müssen noch weiter runterziehen. Okay. Ich bin da drin cover. Schon wieder? Ich bin da drinした. So. ist noch ein stückchen wieder angst wird hier vorne noch mal ein feuer ich machen ich bin besessen ja aber ich glaube ich brauche am besten meine ich ja hat sie mal was zu trinken kohle aus nein habe ich nicht mehr zweimal fallen lassen wieder jetzt ist es jetzt ist es war und ich legte auch noch eins an die hat auch noch hingelegt ich denke auch noch einen hier da hast du genügend ich bin ja danke du hast jetzt eigentlich genug solltest du noch ein bisschen reservieren da liegt jetzt noch genau eine kannst du noch mitnehmen das ist immer effektiver ist wenn ich versehen dass die ganze schilder hatte ja das ist am effektivsten das stimmt gut gut weiter geht was ist im fischerdorf waren wir schon gelootet können wir doch woanders looten brauchen wir auch schon im männer waren wir auch schon ne eigentlich nicht wir können ja gleich rein von mir aus können wir rein bei mir sieht es gut aus so weit ja dann dann jetzt tut es wir kommen euch besuchen und die 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 das wie das wer die Hier ist der Boss bei mir. Was sagst du? Der Boss. Ich bin besessen. Hey, pass auf mit der Kettensäger. Du kannst doch mit Leuten mehtun. Hallo. Was ist so? Aua. Das macht hier wohl Spaß, ja? Was ist da? Ich bin nicht mehr drauf, ja. Ich bin frei. Bitte hör wieder auf, danke. So, auf zu Buch. Das war einer, der steht aber cool mit der, ja? Was ist der? Dicke oder was? Nee, der ist heißer oder? Bei mir stand vorhin einer hier rum, der hat sich nicht bewegt. Du kannst aber nicht schlagen, du bist durch den durchgerannt. Wir sind top. Gut gemacht. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein bisschen besser. Ich denke, die Metze haben die sind so einfach gut. wie heißt das spiel das heißt sie will die will setze game da ist auch hier verlinkt im stream aus dem stilz der katar es macht mega viel laune macht echt die laune wir haben schon wieder gewonnen ich bin mein erster, sehr schön das sind die hexe das starten am flugzeug toll wir haben super startplatz alle starten und schon sind drei gegner jetzt ich habe keine waffe das ist doch geschissen oh hier ist eine kiste kann ich denn die waffe klauen hast du gleich markiert die gehörte bitte ne ich muss halt mal rankommen ok hey aus dem motor sie jetzt gerade markiert wir müssen ja hier nochmals ich habe ihn zumindest noch nicht gehört hat jemand markiert von euch ja ich habe immer noch keine waffen ich habe sie kommen mit wir sind gerade beisammen ich musste ich musste euch auch erst einholen ich bin jetzt einfach losgelaufen weil jemand schon mitgelaufen ist okay bleibst du denn da ja das habe ich nicht mit oh hier ist eine blaue kiste das wird nicht gut ne oder ist doch eine graue das wird gleich später ich bin am besten immer markiert naja 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 hier ist zumindest eine blaue kiste markiert sich gerade das ist eine blaue war die nicht blau die hier oben stand gerade ne ich habe nur zwei graue markiert weißgott da vorne ne irgendwo da gut ja so sonst kriege ich auch noch angst jetzt muss ich schnell ein feuer haben bevor er uns hat ja gut ja muss halt jetzt echt aufpassen mit der angst ne ja ne und da kriegst du hier oben und hast die angst runter kriegen dann komme ich nach ok ich bin ja schon wieder hinter mir wegen ich habe es wieder hinter mir zu sein du hast einen vor mir indem ich halt noch da hinten war wegen meiner angst und am feuer stand aber kein selbst gemachtes feuer nein das dauert immer ewig Achtung hinter uns ich habe halt immer noch keine Waffe ich brauche ja nicht ne Waffe ich habe auch noch ein Ack am Feuergrüß jetzt gut ich habe eine Axt wir sind ein Messer Kaltkolben nicht haben wir ihn nicht Armbrust gehen wir gleich rüber gehen wir gleich rüber Wollt ihr nicht auf uns warten das wird wieder ein bisschen mehr das bringt ja nichts Rolfi weil dann kannst du nur das Tutorial machen dann kannst du mal mehr spielen ich bin mindestens zu zweit erstmal im reden das kann ich nicht immer auf das Feuer achten also ich habe dreimal Streichhöl das ist eine normale Kiste hier oben ist eine blaue Kiste ja gleich wollte es nur sagen ah Höhle ich kann mal von oben rein gehen ich glaube schon ihr seid aber ihr beide seid aber sehr schnell nach vorne also jetzt wirklich Karte holen und weiter das Gefühl da war ja nichts nein ich habe das Gefühl ich stürmte jetzt gerade richtig vor der ist denn hier ja er ist hier perfekt du musst die Karte Bronson Höhle ach so geht ihr schon hin dann sollten wir vielleicht mal noch nicht hingehen dass ihr wenn er bei euch schon ist alter was what ich kann dir überhaupt nichts machen alter holy shit der Typ ist schon nicht gerade schlecht ne du musst grad mal nur laber der Level 5 erst wo gehen wir jetzt hin ich wollte die beiden da lassen dass wir ihn nicht gleich triggern zu uns oder wie hat das dass er noch ein bisschen absteilt ist dann können wir uns auch noch ein bisschen looten weil hier draußen eine blaue Kiste sehe ich gerade ist nix ne also ich habe bis jetzt noch fast gar nichts wie noch gar nichts bei euch also ich dachte er ist bei euch ja ich rede von Equipment ach so hier ist noch eine blaue Kiste so wir haben das nächste ich bin bereit der übernimmt den sofort ich bin bereit ich bin bereit wir hatten ja schon gesammelt alle das ist alles so normale Pistole die sind ja nicht schwach schon ne das nicht wir kriegen gesucht Achtung Ich bin bereit und den kann er noch keine kinder schuss aufnehmen so bei uns ja ich mache ja gut bei euch aber bei uns ja noch nicht da muss man ja nicht unbedingt triggern das geht noch nicht das wird tödlich alter keine chance in den okay so und ob ich komme ja ich musste ja noch mein zeug nehmen du sagst du mal ich soll looten und jetzt kriege ich ja hetze ja ich wusste nicht dass du nicht alles habe ich gerade übernommen meine cola trinken genau im richtigen wendig übernommen sollst du irgendwelche extra wünsche ja gerne der herr möchte gehen ich dachte wir sollten euch zu euch erst mal unterstützen weil er ist das eng hatte also wir sind jetzt hier mit bei euch hier ist eine truhe hinterm haus was ist denn das nein das sehen wir nicht was sehen wir so was sollst du sehen achtung die leute übernimmt wo muss man jetzt eigentlich hin habt ihr schon was markiert also alles gut ich das ist krass da hat er aber ständig aufgepumpt seine punkte deswegen ja weil er hat nicht viel energie das merkste die sind die läden da nicht so lang aber er hat die kriegt direkt direkt schnell wieder schilder habe ich genug leben fast noch mal ich höre noch eine kiste ich habe kein leben nicht besessen leben habe ich noch einmal hier ist noch eine kiste und noch eine kleine auf jeden fall leben und mit her er lässt einen sparen geht nur auf mich das ist das bei mir weiß dass ich richtung der richtung papiere geht wenn du nix findest so let's do this oh nein oh nein er ist gerade sehr heftig so ich euch denn hochkriegen gar nicht so 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 zielort markiert zielort markiert so 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 еще cool hier auf dem bahnhof waren noch nahkampf waffen ist noch keine war nahkampf gewonnen ja keine schöne eine blaue kiste also hier ist hier ist ein schwert wo ich gerade stehe dann kommt noch mal zu mir noch mal ich finde so cool rolle ja ja und links von dir einen meter amulett rechts und die zeit ist gerade eben nur an der kiste am bluten gewesen hat er jetzt noch nicht weitergekommen aber die leuchten halt nicht so auffällig wie alle anderen sagen finde ich muss ja doch mal durch die mühldinger gehen hat er hinter dir aber der wirft mich einfach vom dach da ich habe eine hau gekillt dafür er ist nicht er ist der zweite lange hatte ich ich habe ein messer noch ein messer li ein messerli ich denke der spaßfaktor ist hier besser gegen npc beziehungsweise gegen freunde dann oder sowas auch noch eher weil wir dann ähnlich geskillt sind was das angeht und nicht so über die da gemacht wird wobei ich habe ja auch schon mal fies geschwächt die bücher somit etlichen jumpscares ja die aber nicht auf dich gezogen zielt von das ist nicht nur dich betrifft ich hatte mich schon mal anders geöffnet der killer gerade dabei ist die 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 ich habe hier noch eine kiste ich weiß nicht ob das ist die hier oben aber für mich klang das eher wie unten es war die hier oben die verstanden und ich habe hier noch eine truhe wahrscheinlich draußen noch zusätzlich draußen ich bin ich nicht wieder runter mensch jetzt hör auf immer so was zu rufen jungen verwerbt muss dann berufst du nicht doch die höchste höchste sehen weil so raus kläranlage warum haben wir da nicht angefangen okay das habe ich gerade überrascht damit hatte ich nicht eine blaue kiste markiert ach du weißt das schmeckt hier der sparte so Ich glaube, Versorgungsklisse. Ein PC hat es natürlich den Vorteil, man muss sich die ganze Zeit zusammen rumrennen. Du kannst dich immer ein bisschen aufteilen, ohne dass du Bedenken haben musst. Ich bin großartig. Der Zucker macht meine Zähne zacken. Dann würde ich hochlaufen. Ich habe hier das letzte Krieg. Bist du bei der richtigen Stelle oder was? Ja. Das ist auch praktisch. Okay, und wir stehen direkt pro Papier. Nein, das hat ja hier alles. Dieser Moment, wenn man Amuletten liegen lassen muss, wenn man alles vervollert. Die sind nicht so groß. Die fassen locker in deine Taschen. Nee. Jetzt will ich noch für Freunde mitnehmen. Äh, Dämonen sind auch hier auf der Schotter. Okay. In dem Haus ist noch Cola, Munition, Streicher und so. Das ist alles, ich würde nehmen. Kommen wir nochmal da. Kiste. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Kiste. Ja, habe gefunden. Das ist alles schön, sag ich schon. Das, my friends, ist wie du. Ey, direkt von der Tür ist das unfair. gleich bei dir also noch ja ok wegen bei lebensproblem sowas gerade gesehen genau leben am limit das hat ein limit damit zu tun das heißt das leben mit limit und leben am limit ja was hat der an sein teil hier 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 ist gerade echt ruhig wir haben top 4 also er ist gerade bei uns das ist mal eine angenehme Abwechslung ja er hat hier an der Elite den Gegner besetzt also hier in einem der Häuser bei Frischofdorf sind zwei Amuletten und zwei Makroda und das alles in der Höhe ich bin gerade mit dem Protokoll 3 noch ein Amulett was macht ein Kinder unten fliegen mein Lebensschirm das muss auch mal sein mal schon ein bisschen ausruhen und entspannen das ist ja auch anstrengend gegen die ganzen Viecher hier zu kämpfen das ist richtig ich trinke erstmal eine Cola gemütlich ich bin auch mal entspannt jetzt einmal ist das gleich viel besser das ist doch schon nicht das stimmt dein Leben ich habe heute schon drüber nachgedacht sehr schön medication time so hat jemand eine cola vielen dank der dagger ist in uns wir haben noch ein bisschen zeit meine markierung da ist ganz viel noch in dem haus das dreimal cola amulett dreimal und auch ein bisschen munition und also armbrust lädt zumindest sehr schnell nach besser als ein shotgun wir stehen hier am feuer und prügelt sie im hintergrund ja wie immer halt ne das heißt ja auch bäume muss man mal vertrechen ab das gehört das schlagen bäume aus aber in dem fall doch blüft 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 Oh, okay. Ah, schon wieder so laut hier, ey. Schmeckt dir mein? Spaten. Sehr schön. Ist das jetzt der Gegner? Schön wäre es halt, wenn er die Amulette, genauso wie die Munition, einfach so mit aufsammelt und die Kohle ist, wenn du dran vorbeiläufst. Ja, das wäre ja langweilig. Ja, das wäre aber nicht verkehrt, weil die Munition, das lädt er ja auch so auf. Warum sollte er das andere nicht beklagen? Okay, Kompromiss, er lädt die anderen auch nicht weiter, um habe ich auch. Ja, finde ich auch. Oder dass man das skillfrei schaltet. Ja, genau. Ja, warum nicht? Das ist jetzt der Lied, der Gegner. Ja, ich glaube, der Maffelschritt. Lila-Kiste. und so folges gilt ich habe dezent angst eine kleine vielleicht eine frohe wenn es geht frage auch wenn es geht kann ich nicht mit denen denn es meint ja die liege überhaupt das habe ich nicht gehört ich habe auch eine blaue kiste schon angekommen Oh, wie klang denn das, ey? Rügel! Kann ich noch das Buller? Kann nicht sein, dass meine Angst schon wieder oben ist. Dennis, kannst du noch einen Feuer irgendwo machen? Ich bin besessen, Achtung Dennis. Vor Wut schlag ich die Treppe. Und aus Liebe schlag ich dich. Ach, das ist doch nett. Ob das der Richter auch so nimmt? Ich hab die Liebe schlagen. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist noch einer Kiepunger. Und eine Cola. Mit Helden ja. Dann kommen wir jetzt raus für euch. Da liegt jemand am Boden. Da liegen zwei am Boden. Hallo. Dennis, wir bitten wir hier. Ich probiere es zu heißen. Ich probiere es zu heißen. Ich probiere es zu heißen. Schick du die Seele? Äh, weil du nicht? Ich glaube ich nicht. Ich hab die Seele wahrscheinlich. Ähm, musst du mal was machen? Aber noch ein Altar, ja. ja ja ich bin unterwegs so eine stelle zum feiten da musste ich auch nicht dankeschön ich dachte ich hatte auch geheilt und nicht mitbekommen vielleicht die seele wahrscheinlich aufgezogen bin ich bin besessen warum machst du denn sowas auch einfach so lange weile mal gucken wenn du merkst du die haare was wenn man merken was hat dass du mir nachdenkt habe ich nicht mitbekommen dass du mir warst ich war ja vorne konzentriert kommen wir mich noch auf feeling hier auch wenn wir die zauberstehende angreifen bitte wir mal alle im kreise rennen naja geringere chance getroffen zu werden kurz zerstört oh ich liege gleich wieder am boden ich bin hier Die Lüte war. Ich versteh dich nicht. Das ist ziemlich laut hier. Ich versteh dich auf den Topf, aber dann wird es gut sein. Ein Gemetzel ist das hier, ey. Kim, deine Energie? Ja, ich kann nichts machen. Was ist das hier? Kim ist tot. Wie lange müssen wir noch? 3 Sekunden, wir haben es gleich. Ja. Sehr schön. Kim lebt ihr. Kim. Das klingt schon so, als kämpft Kim schon wieder. Ich geh mir mal Wasser ins Gesicht, klatschen. Mach das. Entschuldigung, die können hier sich immer andere Leute aussuchen. Die komischen E-Typen-Vorschnitte hatten wir ja noch gar nicht. Nö. Nee, also noch nicht. Und vor allem das krasse ist ja dann, ich bin ja dann vor allem, also ich sehe ja dann nicht nur vor allem so übelfertig aus, sondern ich bin ja dann sogar so müde, dass ich mein Gleichgewicht dann schon gar nicht mehr halten kann. Das ist ja, das siehst du, wird's krasser. Ja. Ich hab da wirklich schon den Zustand wie mindestens 24 Stunden wach. Was ist denn hier los? Ey, ich hab noch keine Waffen, du darfst mich noch nicht angreifen. Der ist bei mir. Wir brauchen mal lange, der darf da haben. Brauchen wir lange nicht mehr? Auf der Map. Ja, das ist bei mir. Oh, no. geh doch mal weg ja was willst du bei mir ein freund sein das ist ein freund in mir oder wohnung der im antritt Spitzhacker, da bin ich noch mal nicht geklappt. Ich kriege hier eine Krise mit dem Typen. Hat jemand schon mal Thron gewonnen? Ich habe ja noch gar nichts. Zwei insgesamt. Ich bin erstmal gut ausgerüstet. Oh, ich bin bei der zweiten Karte. Ich noch nicht. Er ist wieder bei mir, also ihr habt alle Ruhe. Irgend bei mir ist das dritte Karte. Schön. Der wäre schön. Ich habe eine blaue Truhe. Na klar. Die hat er natürlich dann auch noch verzaubert. Im Moment, wenn ich schon meine eigene Amulette nehmen würde, dann würde ich alles verlassen. Ich auch nicht großartig, aber ich habe schon sechs Cola, sieben Amulette. Also, den kann ich gar nicht tragen. Ja, ich aber. Ich bin auch der Schlitzer. Ei, wo kommst du denn her? Von Trall, vom Balder. Ne, da kann man aus der Hütte. Das tut gar nicht. Aber vielleicht liegt die Hütte ja im Balder. Nicht direkt, ne. Auch nicht, okay. Oh, der hat mich also angelogen. Oh oh. Niemals. Toll. Oh, guck mal, was ich gefunden habe, ihr Lieben. Ich will hier. Herr Alix. Ein starker Elixir. Ein starker Elixir. Oh. Oh. Da oben ist noch der Zweiter. Oben. Obwohl. Nicht meine Dennis gerade. Ja. Kann man nie genug haben. Kisten über Kisten. Nix hier ist nix. Hier, wo wir sind, sind zwei blaue Kisten und eine normale Kiste. Ja, bei mir. Ich hab grad Spaß mit ihnen. Das ist schön. Nix. Nix noch. Tätig. Hinter dir. Und ich dreh mich auch nur um. Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Okay. Wir hatten hier eine Markierung gesetzt von euch. War hier was? Weil? Ich geb mir die Truhe. Ich hab auch eine goldene Truhe. Mach so, damit du die wieder findest, meinst du? Ja, aber es ist ja nicht mehr markiert. Was für eine Truhe? Eine goldene? Eine goldene hatte ich markiert, ja. Oh, da muss ich hin. Das ist ja egal. Ich hab auch, wie gesagt, ich hab 6 Cola, 7 Amunette, alles gut. Da war ein Legendär Hammer drin, den hab ich grade in der Verwendung. Ja, den kannst du ja dann gerne abgeben. Könnte ich, ja, das ist richtig. Wo warten die goldene Kiste? Ich hab die Markierung nicht mehr. Wo Patrick markiert hat das, wie ne Banner. Ah. Der Marsch der Welt da hinten. Ich bin halt in eine Richtung losgelaufen. Alter, 520 Meter noch, ey, boah. Ja. Huiiii. Nein, nicht da rein. Hier 150 Meter, oder? Ich bin direkt hinter dir. So. Mh. Oh doch hier. Wo ist denn das? Wie ist die gewesen? Äh. Im Haus? War die im Haus? Wo lag die draußen? Kann ich dir jetzt grad gar nicht mehr so sagen. Mann. Immer von hinten. Ich muss sagen, der Legendäre Hammer ist geil. Äh. Oder war die ganz oben auf dem Turm drauf? Die kann oben auf dem Turm drauf gewesen sein. Außen. War glaube ich dieser Turm und da oben drauf. Auf der Außenseiter. Zumindest hatte ich da ne Krue gehabt. Ich glaube das war die Goldner. Nein Du bist relativquierf. Im墜 attimceresten. Wie Sache sagst��st bakery." 2 aplicнул dirات 100 Euro. Wir müssen zhneln. vielleicht kannst du jetzt, hast du gefunden? war sie obendrauf? ja wo? du kommst aus Lass mich in Ruhe, geh weg. Schön, dass du das aussprichst, was ich denke. Oh, dankeschön, sehr freundlich. Ich muss einmal um das Haus rumgehen. Um das Haus rumgehen? Ja. Ich könnte gerade auch hier oben lang gehen. Ich stehe gerade in der Luft hier oben. Ich hab was gesehen bei dir, aber ich kann es nicht. Hier ist ein Toppie noch. Also ich stelle, wie schade ich dem Toppie alleine schüter mache. Die legendäre Wache ist der Wahnsinn. Ja, auch die einfachen Einheiten einschlagen und ich hab die down. Das ist... Wo waren wir denn? Zu den anderen. Zum... Decker. ...deutsch, würd ich sagen. Ich hatte so gerade dieses Putzlicht. Ich hab deinen Hupen gehört. So, nie, nie, nie. Das war ja auch geplant. Das war auch genau. Ja. Ich hab gerade nämlich in der Ton gedämpft, weil ich komplett bekam. Nee, nee. Alles einsteigen. Wir sind noch beschäftigt. Ihr könnt doch nicht einsteigen. Tut mir leid. Wir kommen trotzdem. Wir kommen gleich mit dem Auto rein. Wir freuen uns immer auf Besuch. Wir freuen uns immer auf Besuch. Geht nur noch Cola, Patrick? Ehhh, du 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 du. Ich brauche, ich brauche Langeweil. Ich mache keinen Fall mit was hin. Ich brauche nur mit der Jungs. Wenn da was ist. Alles andere habe ich. hier ist noch ein ambulante bin ich euch auch von herzen was von euch davon braucht ich gebe es auch zu meins ist aber nett danke du blödes oder kohle auch immer doch und weiterhin ja klinik ist ihnen ein paar skill punkte macht ihr ein rennen der hat das Auto auffassend der fährt aber an mir vorbei Kiste ich hab schon wieder Schiss Schiss oh da ist ja eine Party drin ich bin besessen Achtung ich komme rein zu euch ich wollte überrollen verkloppen ich weiß mein lieber ja ist gut ganz aufhören muss sicher gehen naja lieber einmal mehr töten hier ist noch eine Cola falls jemand braucht ich höre hier noch eine Kiste die scheinen aber draußen zu sein blaue Kiste er ist bei mir wir haben ja noch Zeit ich hab die hier schon mal bäh ach ne hau ab ey scheiss Eliteeinheit ich bin auch im Weg zu euch Alter wo kommt ihr denn her haut doch mal ab Phantom draußen bitte sehr ne so sehen die nicht aus nicht? verstehe ich nicht ich will doch nur diese scheiß einfache Kiste hier haben ey will ich doch gar nicht Auto besetzt ich komme nicht mal dazu die F-Taste zu drücken für den Spezialangriff weil ich die ganze Zeit schon die weg mache das tut mir ja leid ja aber ganz schlimm top da ist doch so kreiser Angriffe ja die legendäre Hammer den ich vorne eingesammelt habe in der goldenen Truhe die einfachen Einheiten mache ich mit einem Schlagzeug da brauche ich keine Zweischläge mehr oder sowas den Hammer möchte ich gerne behalten für die zukünftigen Spieler auch als Killer weil ich möchte ich mit dem annehmen der Profi ist offenlich ein dummer ne? also sicher der Killer hängt ja im Haus rum es geht geht hmm lila kester und ziehst du auf mich denn es habe ich nicht nein habe ich nicht hätte ich jetzt auch gesagt oder um ist meine kiste gelootet ich habe angst leute hier ist noch eine kohle ich will hier drüben Feuern machen, da soll man auch stellen ich bin deutsch hinter euch brauchst du wieder was hast du da drüben noch was gefunden in dem haus ich brauche noch zwei skill punkte und die angst hat mich wieder sehr freundlich, dankeschön ey, das ist mein Licht ich gehe dir schon aus dem Licht, keine sorge ich bin bis jetzt in Achtung komm, ich bin , nicht wahr wenn du es nicht weißt Deine Taschklampe ist so stark, die löscht durchs ganze Haus also selbst durch Wände mal ja, mal ja, mal ja, mal ja, mal ja, mal ja, mal ja ach Mensch, es wird auch immer lustig zu machen, dass ich mich mal verspreche, das ist so eine Seltenheit mal ja, mal ja, mal ja, halt, ne? mal ja, mal ja, mal ja, mal ja mal ja, mal ja mal ja, mal ja, mal ja, halt, ne? mal ja, halt, suspesa mal ja, halt, ne? wo wszystkich mal aus dem weg ich muss hier rumlaufen und schaden anrichten darin wenig gut mit dem schlacht wir sind top und die post ist da ja schön so wie ich gerade meine cola getrunken hat oder trinken geile aber warum so schnell tot? bin ich erst verblutet? ja keine ahnung weil ich kein ledel mehr aber verblutest du mich erst? nein wir sind im endgame nicht selbst also das ist hier vorbei dann das ist so das ist ziemlich schnell das jetzt aber um mal ja das ist nicht mein erstes rodeo strimble dass du schälen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sieht doch gut aus Noch 10 Sekunden, Leute Das sieht doch gut aus Moment, das war's So ist das doch wunderbar Schaden gegen böse Einheiten 53.000 Okay, wo kommt denn die her? Ja, die Waffe halt, ne? Die war wirklich, also ein Schlag Bei den leichtsten Einheiten, die waren sofort runter Die mittleren zwei Schläge waren sie weg Ich kam wirklich nicht dazu, die öfterste zu drücken Das war wirklich Die Waffe hätte ich jetzt gerne jedes Mal in der Runde Schön Schön Also wegen der Vergangenäu Vielen Dank Nee Nee Ja Nie